Willkommen zurück, Peter hier und heute geht es mal um die Havertage. Meine Kritik an die Havertage, warum das nicht funktioniert, das werde ich dir jetzt mal erklären. Wir gehen direkt rein mit dem ersten Punkt und zwar, was passiert denn nach den Havertagen? Wie geht es denn dann weiter? Weil schön und gut, wenn man mal ein paar Tage sich nur von Haferflocken ernährt, werden sowieso die wenigsten wirklich durchziehen und die wenigsten werden davon begeistert sein und die wenigsten werden davon wirklich Erfolge sehen. Aber was passiert denn dann danach? Gehen wir mal wirklich davon aus, dass sich deine Werte drastisch verbessern, dass es dir super geht, dass ganz viele tolle Dinge passieren. Was passiert danach? Es ist genau wie jede x-beliebige 0815-Diät, die man macht, die eh schon zum Scheitern verurteilt ist, weil sobald du wieder damit aufhörst und wieder langsam, zwangsläufig in deine alten Muster zurückfällst, wirst du auch wieder die alten Ergebnisse haben. Das heißt, warum solltest du dich denn tagelang durchquälen, dich nur noch von so einer Haferpampe ernähren, wenn du am Ende sowieso wieder bei 0 stehst und dir das alles nichts gebracht hat? Wie jede andere Diät, die man nicht halten kann, wirst du auch damit keine Erfolge sehen. Also erster Punkt, nach den Havertagen geht es meistens wieder zurück in die alten Muster und die alten Muster bringen auch die alten Ergebnisse wieder. Zweiter Punkt, der sehr kritisch zu betrachten ist, es wirkt immer so, als wären die Havertage eine einfache Lösung für ein sehr komplexes Problem. Also im Grunde werden die Betroffenen verarscht, weil es heißt, mach die Havertage und die Welt ist in Ordnung. Jetzt mal ganz grob gesagt. Und das ist natürlich totaler Quatsch, als würden die Havertage dich von Typ 2 Diabetes heilen. Es ist eine Irreführung, anstatt dass man den Leuten einfach mal richtig erklärt, um was es bei Ernährung geht, was gut ist, was schlecht ist, was man machen soll, was man vielleicht meiden soll, wie man das Ganze vernünftig aufbaut, wird hier irgendwie so gesagt, ja, mach Havertage und dann passt schon, dann schauen wir mal weiter. Das ist zu einfach, um wahr zu sein und es ist auch nicht wahr. Und es ist halt einfach den Leuten schnell mal irgendwas mitgegeben, weil das lässt sich gut umsetzen, weil jeder kann Havertage machen, weil da gehört nicht viel dazu, da muss man nicht besonders sich damit beschäftigen. Und das ist halt Irreführung. Das bringt nichts, aber es wird trotzdem immer wieder empfohlen. Dann nächster Punkt natürlich, was ich ja eh schon gesagt habe, dieses Einschränken auf ein Lebensmittel. Was soll das bringen? Wir Menschen brauchen mehr als nur Hafer, um gesund zu sein. Von Hafer alleine können wir nicht leben. Und warum diese künstliche Einschränkung, wenn wir doch dadurch viele Sachen nicht mehr essen, die ja eigentlich gut für uns wären, die wir eigentlich bräuchten. Also das bringt doch so gesehen auch schon wieder nichts. Hafer an sich ist super, nicht falsch verstehen. Aber, wie ich auch immer wieder sage, Hafer oder Haferflocken ist ein Teil einer insgesamt gesunden Ernährung. Isst gerne deine Haferflocken, ist überhaupt kein Problem. Aber lass doch nicht alle anderen Dinge, die auch gut sind, lass doch die nicht einfach weg. Das nächste Ding ist, deine Insulinresistenz wird sich dadurch natürlich nicht verbessern. Es kann zwar schon sein, dass du vielleicht erstmal ein paar Ergebnisse siehst. Nicht bei allen, manche werden merken, oh, mein Blutzucker ist ein bisschen besser, ich habe auch ein paar Kilo abgenommen. Ja, wen wundert es, wenn du dich nur noch von Haferbrei ernährst tagelang und wahrscheinlich nicht mal 1000 Kalorien isst. Ja, klar wirst du darauf abnehmen. Du hast da extremes Kaloriendefizit und jedes Kaloriendefizit führt irgendwie zur Abnahme erstmal. Aber gesund ist es nicht und nachhaltig natürlich auch nicht. Also du wirst langfristig deine Insulinresistenz dadurch nicht verbessern. Der einzige Grund, warum das für manche erstmal funktioniert, weil sie natürlich den ganzen Schrott nicht mehr essen, den sie sonst gegessen haben. Weil wenn du dich natürlich nur noch auf Hafer fokussierst und tagelang nur noch Haferbrei isst, dann wirst du natürlich keine Süßigkeiten mehr essen, keine Süßgetränke mehr, keine Säfte, du hast nichts Fettiges mehr, kein Fastfood, das alles lässt du weg. Natürlich ist das erstmal ganz gut. Aber du lässt auch viele gesunde Sachen weg. Und das ist halt wieder die andere Seite der Medaille. Ja, also nur weil du mal kurzfristig dadurch, durch diese Crash-Diät, dass es dir dadurch erstmal besser geht, weil du den ganzen Müll nicht mehr isst, den du vielleicht sonst gegessen hast. Du hättest dieselben Erfolge, wenn du dich normal gesund ausgewogen ernähren würdest und trotzdem den ganzen Schrott nicht mehr essen würdest, dann hättest du dieselben Ergebnisse. Nur hättest du dich nicht künstlich so eingeschränkt. Der Hauptpunkt ist, du isst den ganzen Schrott nicht mehr. Das ist der Grund für die tollen Erfolge bei den vielen Menschen. Ja, und nicht, weil du dich nur auf Haferflocken beschränkst. Also hier auch ein bisschen über den Tellerrand hinausdenken und dann wird auch klar, warum Hafertage für manche funktionieren, aber warum sie halt langfristig nicht funktionieren können. Und jetzt natürlich noch zur Gegenseite, weil das machen ja viele Leute Hafertage, da geht es komplett in die Hose, da funktioniert das gar nicht, weil sie merken, hey, wenn ich das mache, da habe ich drastische Blutzuckerspitzen. Ja, also mein Blutzuck geht gar nicht mehr runter, weil jedes Mal, wenn ich den Haferbrei dann esse, dann habe ich extrem hohe Werte und die fallen nicht mehr runter. Das funktioniert für mich gar nicht. Dann sind die Leute auch noch frustriert und umdrehen an einem Rad und denken, was ist mit mir los? Jeder sagt, ich soll Hafertage machen, bei mir klappt das gar nicht, stimmt was nicht mit mir? Bin ich irgendwie ein Sonderfall? Bin ich irgendwie ein Specialtyp-2-Diabetiker? Oder was ist da mit mir los? Und die zweifeln dann an sich selbst und wissen gar nicht mehr, was los ist. Ja klar, wenn du natürlich isoliert nur noch Carbs isst, ja, Haferflocken, dann reagiert dein Blutzucker natürlich. Weil wenn du davor nie was an deiner Insulinresistenz gemacht hast und diese Insulinresistenz vielleicht über Jahre hinweg sich stark ausgeprägt hat, dann wirst du natürlich auf die Hafertage stark reagieren. Da braucht man sich nicht wundern, dass das für manche gar nicht funktioniert und die drehen dann am Rad und haben da extreme Selbstzweifel und wissen gar nicht mehr, was los ist. Und jetzt merkst du ja selber schon, da kommen viele Punkte zusammen, die einfach gar nicht funktionieren können. Ja, das macht weder Sinn, noch ist es langfristig, noch machst du was am eigentlichen Problem. Für manche funktioniert es gar nicht. Manche nehmen vielleicht stark ab, weil sie halt in einem starken Kaloriendefizit sind, nehmen aber dann wieder zu. Wenn sich die Blutzuckerwerte verbessern bei manchen, werden es dann auch wieder schlechter, weil man ja danach wieder in alte Muster fällt. Also das ist alles nur so ein im Kreis drehen und am Ende denkt man sich, hey, was habe ich da eigentlich gemacht? Hätte ich mir sparen können und was ist jetzt das Nächste? Ja, und dann springt man auf die nächste Diät auf und macht dann irgendwie Low Carb oder Ketogen oder irgendeinen Quatsch, wo sich das Ganze noch immer weiter im Kreis dreht, weil das ja auch nichts bringt, weil du dadurch auch nicht die Insulinresistenz behebst, sondern auch wieder nur deinen Blutzucker nach unten drückst. Lass die Hafertage und ich gebe es dir hier auch nochmal mit. Das heißt nicht, dass du keine Haferflocken mehr essen darfst, aber sie gehören einfach zu einer insgesamt gesunden Ernährung. Haferflocken sind ein Teil deiner Ernährung, dann ist das vollkommen okay. Aber wenn man sich auf ein Lebensmittel beschränkt, egal welches Lebensmittel das ist, wird man zwangsläufig Probleme haben. Man wird es nicht langfristig machen können, du hast keine Ergebnisse, du hast keinen Erfolg und das Einzige, was passieren wird, ist, dass du einen Grausen bekommst von diesem Lebensmittel, weil wenn man irgendwas bestimmtes tagelang nur noch das isst, dann hat man einfach keinen Bock mehr drauf. Wenn du das Problem lösen willst, dann braucht es mehr als das. Dann brauchst du eine vernünftige Lösung, die langfristig umsetzbar ist, eine vernünftige Ernährungsweise, die wirklich das Problem an der Wurzel behebt und dann kannst du nach und nach zusehen, wie sich die Insulinresistenz verbessert. Wie merkst du das? Indem du bessere Blutzuckerwerte bekommst, indem du weniger Medikamente brauchst und indem du mehr Kohlenhydrate essen kannst, als du aktuell bist und das ist der Way to go. Das ist die Lösung für dein Problem und Havertage, mit denen geht das nicht. Wenn du Hilfe brauchst, du weißt Bescheid, wir können dir helfen, schau mal auf www.peterseidel.com, trag dich mal ein für ein kostenfreies Beratungsgespräch, da sprechen wir mal drüber, wie das Ganze für dich aussehen kann, auf was du achten musst, wie du das machen kannst und dann hast du deinen Weg, deinen Leitfaden, der funktioniert und dann musst du nie mehr in deinem Leben Havertage machen. Das verspreche ich dir hier. Das verspreche ich dir. Untertitelung des ZDF, 2020